Perfektes Frühstück, wenn du wenig Zeit hast. Wir brauchen erstmal eine halbe Banane, wenn du die nicht magst, kannst du Apfelmus verwenden. Einfach mit der Gabel zerdrücken, dann gebe ich ein Eis, Gier und Grieß dazu. Vermische alles, Süße braucht man eigentlich keine extra wegen der Banane. Dann ab damit in die Mikrowelle mit restlichen Früchten toppen und ihr habt das perfekte Frühstück proteinreich und kalorienarm und sau lecker.